Mein Name ist Patricia Ditt-Mehring. Ich bin Medienkünstlerin aus Berlin. Ich arbeite vorzugsweise mit VR, AI, AR. Meine Geschichten sind oft im Kontext zu Science Fiction, aber auch zum aktuellen Zeitgeschehen. Mein Name ist Onella Fieres. Ich bin Medienkünstlerin in Berlin und Doktorandin an der Hochschule für Gestaltung Offenbach. Ich untersuche die verborgenen Aspekte des Digitalen und verwende hier unter anderem künstliche Intelligenz. Ich möchte gerne eine Arbeit von mir vorstellen, in der ich 700 historische Dokumente mithilfe von unterschiedlichen KIs verarbeitet habe.